Kann ich lächeln? So generell oder? Ja bitte. Bei der Helvetia fallen mir und los an. Das eine sollte ich weglassen, oder? Wieso kriege ich das nicht raus jetzt? Dann sag's das einfach nochmal. Nein, Gruber mit Nachnamen. Ich kann so viele Fragen stellen, wie ich will. Also wie ich wissen muss. Okay, und los bedeutet für mich. Jetzt bist du für mein Hobby. Komm, machen wir es umgekehrt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss zuerst deine Ideen finden.